Willkommen zur ersten Bonus-Lektion zur elementaren diskreten Mathematik. In diesen Bonus-Videos zeige ich Ihnen hin und wieder, wie sich in der Vorlesung behandelte Algorithmen und Verfahren als ausführbarer Code umsetzen lassen. Ein Wort der Warnung vorab, Sie lernen bei mir sicher kein effizientes oder elegantes Programmieren, dafür gibt es dann andere Kurse. Mir geht es primär darum, die Verfahren aus den Vorlesungsteilen möglichst direkt in ausführbaren Code umzusetzen. Da ich kein Informatiker bin, ist die Zahl der Programmiersprachen, die ich halbwegs beherrsche, auch eher eingeschränkt. Da Apple Pascal, Commodore Basic und Borland Delphi wohl eher nicht mehr so zeitgemäß sind, verwende ich im folgenden Python in der Version 3, die nach jüngeren Umfragen ohnehin zweitbeliebteste Programmiersprache neben Java. Den ausführbaren Code finden Sie, wenn Sie sich das Video in Moodle ansehen, immer direkt unter dem Video mittels Links zu REPLIT eingebunden. Auf YouTube gibt es dann einfach nur die Links ohne dieses schöne direkt darunter. Den Code können Sie im Browser ausführen in REPLIT. Sie können ihn editieren oder Sie können ihn herunterladen und wenn Sie sich bei REPLIT einen Account anlegen, dann können Sie auch den geänderten Code direkt dort abspeichern. Die Lektionen funktionieren in Moodle so, dass Sie immer etwas mit dem Code machen oder eine Frage dazu beantworten sollen und dann kommen Sie bei korrekter Antwort automatisch zum nächsten Teil. Wenn Sie mal wo hängen, können Sie alternativ über das Inhaltsverzeichnis einfach direkt zum nächsten Teil weitergehen. Wir beginnen mit den Fakultäten, bei denen das Produkt der ersten n natürlichen Zahlen zu ermitteln ist. Man kann das alternativ auch so als Folge notieren, deren Startwert a0 ist, ist 1, also der Wert von 0 Fakultät ist gleich 1. Jeder weitere Wert a n wird dann aus Multiplikation des vorherigen Werts a n minus 1 mit n bestimmt. Hier wird also rekursiv gerechnet. Um a5, also 5 Fakultät zu berechnen, muss man a4 kennen und für a4 dann a3 und so weiter. Genau diese Rechnung sehen Sie auf der Folie als Funktion in Python umgesetzt. Zunächst legen wir n Fakultät für alle Zahlen kleiner als 0 mal als 0 fest. Dann legen wir a0 fest. Wir sagen also, wenn n gleich 0 ist, dann gib als Wert für n Fakultät 1 zurück. In der letzten Zeile steht dann der eigentliche rekursive Funktionsaufruf. Gib als Wert für n Fakultät n mal Fakultät von n minus 1 zurück. Gibt man jetzt beispielsweise der Funktion als Argument die Zahl 4 mit, dann landet man in dieser Zeile. Man erhält eine 4 mal und dann ruft die Funktion selbst sich wieder auf mit dem Argument 3. Man landet wieder in dieser Zeile. Die 4 von vorher wird jetzt mit 3 multipliziert und dann ruft sich die Funktion mit dem Wert 2 auf. Das geht so weiter bis man bei n gleich 0 landet, wo dann eben nur mehr mit 1 multipliziert wird. Die Schleife bricht also nach genau n plus 1 durchläufen sicher ab und liefert den Wert n mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter mal 2 mal 1 mal 1 zurück. Und genau das wollten wir ja haben. Wir kommen zu den Permutationen ohne Wiederholung bzw. der Taschenrechner-Taste n pr, die wir in Python nachbauen wollen. Keine gute Idee ist es, dafür den Bruch n Fakultät durch n minus r Fakultät zu benutzen. Also etwa unsere Factorial-Funktion von gerade zu verwenden. Für die Permutation von zwei Objekten aus 1000 ohne Wiederholung müssten wir dann nämlich erst einmal 1000 Fakultät und 998 Fakultät berechnen. Das sind aber riesige Zahlen und das kostet auch Laufzeit. Dabei müssen wir eigentlich ja nur 1000 mal 999 berechnen. Und genau das soll unsere Funktion machen. In den Zeilen 2 und 3 legen wir erstmal eine Hilfsvariable v für das Ergebnis mit 1 fest und bestimmen mit u die untere Grenze n minus r bis zu der wir mal nehmen müssen bzw. ja eigentlich nur bis n minus r plus 1. Deswegen steht in dieser Schleife auch n größer um. In der Schleife nehmen wir die Hilfsvariable mit n mal, lassen uns zur Sicherheit das Zwischenergebnis anzeigen und dann ziehen wir 1 von n ab, landen also bei n minus 1 und so weiter. Schließlich wird v als Ergebnis für unsere Funktion n pr zurückgegeben. Das Print-Statement mit dem Zwischenergebnis kann man natürlich einfach auskommentieren oder weglassen. Das sollte Ihnen hier nur zeigen, wie wir hier von n ausgehend über n minus 1, n minus 2 und so weiter rückwärts bis n minus k plus 1 multipliziert haben. Wir kommen zum dritten Beispiel der Berechnung der Binomialkoeffizienten über die Rekursionsformel aus dem paskalischen Dreieck. Das ist jetzt kein effektives Rechenverfahren, außer Sie wollten wirklich das ganze Paskaldreieck bis zur n-ten Zeile mit all den Binomialkoeffizienten auf einmal ermitteln. Denn genau das macht der Code unten, ermittelt sämtliche Binomialkoeffizienten bis n über n und gibt dann als Funktionswert ncr aber nur das n über r zurück. Zunächst wird wieder für alle nicht sinnvollen Fälle, also n oder r kleiner 0 oder r größer als n, einfach der Rückgabewert 0 erzeugt. Wir erzeugen jetzt eine leere Liste, in die wir die Werte der Binomialkoeffizienten abspeichern werden. Da Binomialkoeffizienten zwei Argumente n und r haben, würde man spontan vielleicht eher an ein Array, also so eine Tabellenstruktur, denken. Die gibt es in Python so direkt nicht, also machen wir eine Liste von Listen. Jede Zeile unseres Arrays, beziehungsweise jede Zeile des Paskaldreiecks, wird eine eigene Liste und das gesamte Array, also das gesamte pascalische Dreieck, ist dann eine Liste, deren erstes Element die erste Zeile, deren zweites Element die zweite Zeile und so weiter und so weiter ist. Der Vorbefehl mit i als Laufvariable erzeugt die Zeilen der Matrix, beziehungsweise die Zeilen des Paskaldreiecks. Wir beginnen mit 0 und, Achtung, dann steht bei Range als zweiter Wert n plus 1. Das verwirrt unter Umständen, n plus 1 ist nicht der letzte Wert, sondern das sagt Python, dass es von 0 beginnend n plus 1 Durchläufe machen muss. Die letzte erzeugte Zeile ist also wirklich die n-te Zeile. Von 0 bis n sind n plus 1 Zeilen. In jede Zeile schreiben wir dann mit diesem Append-Befehl zunächst einmal den Wert für n über 0, also eine 1 herein. Der Vorbefehl mit j als Laufvariable erzeugt die Spalten des pascalischen Dreiecks. Er läuft jeweils von 0 bis wieder zum Wert i plus 1, weil wir etwa in der dritten Zeile ja nun die Binomialkoeffizienten von 3 über 0 bis 3 über 3, also wieder vier Stück, i plus 1, haben. Erreicht j den Wert i, also den Binomialkoeffizienten n über n in der entsprechenden Zeile, so wird hier wieder eine 1 eingetragen mit diesem li gleich li plus 1. In eckigen Klammer heißt, da wird 1 wirklich als einzelner Wert an die Liste dran gehängt. In allen anderen Fällen verwenden wir jetzt genau die Rekursionsformel von oben. An die bestehende Zeile li wird als nächster Wert genau die Summe li minus 1 j plus li minus 1 j minus 1 als dieser Wert für das li j angehängt. Das ist aber bis auf die anderen Buchstaben i und j genau die Formel, die da oben mit n und r steht. Am Ende wird dann genau das Listen-Element l n r als Funktionswert zurückgegeben. Man überlegt sich jetzt leicht, dass man hier auch l selbst, also das Pascal-Dreieck als Liste von Listen als Funktionswert zurückgeben könnte oder wie man dann dieses Dreieck mittels zwei Vorschleifen und Print-Statements direkt wieder am Bildschirm ausgeben könnte. Zum Abschluss noch ein Wort zu den Permutationen mit Wiederholungen, die sich ja einfach als Potenz n hoch r bestimmen lassen. In Python ist die Exponentialfunktion über ein doppeltes Sternchen einzugeben, also n Stern Stern r für n hoch r. Natürlich kann man das auch zu Fuß wieder rekursiv berechnen lassen, zumindest dann, wenn n und r ganze oder natürliche Zahlen sind. Wobei hier der obere Teil der Funktion Exp den Spezialfall n gleich 0 und r ungleich 0 betrifft. Da kommt ja immer dann 0 raus, wenn Sie 0 mit irgendwas hochnehmen, was nicht gerade 1 ist. Und der untere Teil setzt jetzt wieder eine Hilfsvariable x gleich 1 und multipliziert die dann genau r mal hintereinander mit n und gibt dann schließlich diesen Wert x zurück. Und ja, da wird 0 n gleich 0 hoch 0 mit berücksichtigt, weil 0 hoch 0 ist tatsächlich gleich 1. Das war es auch schon mit unserer kurzen Bonus-Lektion zum kombinatorischen Zellen mit Python. Auf Wiedersehen bis zur nächsten Lektion oder zur nächsten Bonus-Lektion.